Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf KKUF zur nächsten Folge vom EM-Check. Heute geht es natürlich weiter mit Gruppe B. Denn vorgestern hatten wir hier auf KKUF schon einmal Gruppe A komplett durchanalysiert, eben drauf geschaut, welche Teams sind mit dabei, wer hat wo, welche Vorteile, wer könnte weiterkommen, wie sehen die Mannschaften aus und heute machen wir eben dann weiter bei unserer Heim-EM mit Gruppe B. Das wiederum sind Italien, Kroatien, Albanien und Spanien. Es ist eine Gruppe, die von vielen auch als Todesgruppe bezeichnet wird, weil es auch unglaublich spannend ist. Denn Italien, Spanien und Kroatien werden durchaus auf einem ähnlichen Level erwartet. Albanien wiederum ist natürlich der krasse Außenseiter, der aber auch dann auf der anderen Seite überraschen könnte. Heute blicken wir auf jedes einzelne Team, gucken dort auf die letzten Turniere, wie dort so der Verlauf war, gucken auf die potenziale Startelf und eben auch auf die Paarungen, was eben auch dann die nächsten Wochen so los sein wird. Also, los geht's mit dem M-Check der Gruppe B. Starten wir dafür rein mit einer Mannschaft, die natürlich in Europa hoch angesehen ist wie kaum jemand anderes. Es ist Italien, eine der größten Fußballnationen überhaupt, auch wenn die letzten Turniere dann durchaus auch abwechselnd mit guten Leistungen und schlechten Leistungen mit dabei waren. Denn zum ersten Mal in Italiens WM-Geschichte hat man sich zweimal in Folge für eine WM nicht qualifiziert. Erst eben dann 2018 in Russland und dann auch die WM-Karne für Katar hat man 2022 nicht geschafft. Und davor gab es ja auch zweimal das Vorrunden aus. Der letzte Erfolg von Italien bei einer WM war in Deutschland beim Finale, dass man Weltmeister geworden. Vielleicht für die Italiener eine gewisse Motivation, jetzt noch bei der EM ähnlich liefern zu können wie zuvor. Denn zwischen diesen auch zuletzt schwachen WM-Titeln oder WM-Turnieren, wo man eben nicht mit dabei war, hat man einen Titel geholt und zwar bei der EM 2021. Also wir haben hier den amtierenden Europameister im Programm. Davor gab es 2016 das Viertelfinale aus gegen Deutschland im Elfmeterschießen. 2012 hat man im Finale gegen Spanien verloren. Also man sieht auf jeden Fall, Italien und Weltmeisterschaften waren ein Thema, was die letzten 15 Jahre alles andere als gut war. Italien und Europameisterschaften, das aber wiederum schon. Klar ist aber auch, es ist eine schwere Aufgabe für die Italiener, hier die Gruppe zu überstehen, weil sie eben nicht einfach ist, auch wenn natürlich theoretisch auch Platz 3 reichen könnte. Aber natürlich haben die Italiener das Ziel, direkt weiterzukommen, vielleicht auch sogar dann als Erster. Und der Trainer dafür ist Luciano Spalletti. Den kennen vielleicht einige von euch. Ist ein sehr erfahrener Trainer mit seinen 63 Jahren, der schon viele Klubs zu erinnern hat, unter anderem AS Rom, Inter Mailand und auch bis zum letzten Sommer Neapel. Seit letztem September ist er eben jetzt dann Trainer bei Italien. Sein Vertrag läuft bis nach der WM 2026. Taktisch agiert Italien relativ flexibel. Im Herbst hat man nämlich im 4-3-3 gespielt. Da gab es unter anderem Siege gegen Walter und Nordmazedonien, eine Pleite gegen England. Und jetzt eben auch noch ein Remis gegen die Ukraine. Und jetzt im Frühjahr hat dann Spalletti ein bisschen was ausprobiert. Im 3-4-3, da gab es dann Siege gegen Ecuador und Venezuela. Wir haben auf jeden Fall in Italien wirklich mehrere Top-Spieler. Die Achse ist unglaublich gut mit eben Donnarumma im Tor, Bastoni in der Abwehr, Jorginho, Barella im Mittelfeld, Chiesa, wenn er denn in Top-Form ist, eben dann in der Offensive. Denn genau dort fehlt ansonsten noch so ein bisschen die letzte Qualität. Plus hinten haben wir auch verletzte Spieler wie der erfahrene Acerbi oder auch das italienische Top-Talent Scalvini. Aber die Mannschaft macht schon was her. Vor allem auch die Defensive ist unglaublich stark mit Di Marco auf der linken Seite, mit Di Lorenzo, der in Neapel, der Kapitän war von Spalletti auf der rechten Seite. Das Mittelfeld hat unglaubliche Qualität. Aber in der Offensive fehlt eine klare Nummer 9. Ciro Immobile zum Beispiel, der das in den vergangenen Jahren war, ist nicht gut in Form, deswegen gar nicht mit dabei. Und da hast du eben dann verschiedene jüngere Möglichkeiten, wie eben dann zum Beispiel Scamacca, auf denen es auch dann unter anderem ankommen wird. Wenn wir dann mal auf den Turnierverlauf schauen, ist natürlich für Italien klar, dass man im ersten Gruppenspiel am 15.06. in Dortmund direkt liefern sollte. Albanien ist der klare Außenseiter, da musst du den Anspruch haben, ja auch im besten Falle klar zu gewinnen. Und dann geht es nämlich im zweiten Gruppenspiel in Gelsenkirchen auf Schalke direkt mal rund gegen Spanien, vielleicht das Top-Duell in dieser Gruppe. Abschließend dann noch gegen Kroatien in Leipzig am 24.06. Und dann wird sich ja entscheiden, ob Italien weiterkommt oder nicht. Ich traue es Italienern auf jeden Fall zu, aber irgendwo fehlt mir in diesem Jahr das letzte bisschen zur Überzeugung, um sagen zu können, ja, das ist ein Titel-Favorit. Ein Titel-Kandidat ist vielleicht auf der anderen Seite Kroatien, die ja in den vergangenen Jahren sich diesbezüglich sehr ins Rampenlicht gespielt haben. Auf die gucken wir jetzt mal im heutigen EM-Check. Und somit eben auch auf eine Mannschaft, die sich eben auch tatsächlich über die Jahre hinweg richtig gut entwickelt hat. Man hat die letzten Turniere immer um Titel mitgespielt und der Anspruch ist logischerweise auch gewachsen, das im besten Falle erneut tun zu können. Denn wir haben ja eine Mannschaft rund um Superstar Luka Modric, die tatsächlich jeden schlagen kann. Das haben sie immer wieder gezeigt, vor allem bei den letzten Weltmeisterschaften. 2018 ist man Zweiter geworden, er hat im Finale erst verloren gegen Frankreich. 2022 ist man Dritter geworden und das waren tolle Erfolge. Bei einer EM hat es aber bislang noch nicht so richtig geklappt mit diesem ganz großen Erfolg. Der letzte Einzug ins Viertelfinale, der ist schon etwas her, der war nämlich 2008. Ansonsten die letzten Male ist man nämlich dann immer im Achtelfinale rausgeflogen. Der Anspruch ist natürlich deutlich höher, als nur das Achtelfinale zu erreichen und da könnte Kroatien in die Karten spielen, dass man auf jeden Fall auf der Trainerposition zumindest im Vergleich zu vielen anderen Nationen eine sehr krasse Kontinuität hat mit eben Slatko Dalic, der seit 2017 schon Cheftrainer ist. Er hat natürlich auch sein Team über Jahre hinweg wirklich richtig gut entwickelt. Das Vertrauen gegenseitig ist sehr, sehr groß. Man hat eben die Erfolge mit ihm gefeiert und sein Vertrag läuft sogar auch noch direkt mal bis zur WM oder bis nach der WM 2026. Also man will hier auf jeden Fall noch weiterhin zusammenarbeiten. Der Kader, interessanterweise, wurde auch direkt mit den 26 Spielern nominiert, die man eben auch dann mitnehmen darf, hat man auch bewusst von Anfang an gemacht, um Klarheit zu haben. Also kein Spieler wird hier noch gestrichen. Das Spielsystem ist auf jeden Fall bei den Kroaten normalerweise ganz klar im 4-3-3 gehalten. Man ist offensiv ausgerichtet, aber trotzdem auch immer wieder mit einer sehr, sehr guten Defensive. Auch hier bei den Kroaten, wie auch in den vergangenen Jahren, kennt man natürlich auch einige Spieler. Livakovic war ja einer der WM-Entdeckungen beim letzten Mal, ist die klare Nummer 1. Stanisic von Bayer Leverkusen dürfte rechts hinten auf jeden Fall gesetzt sein. Wir haben ein sehr, sehr starkes, auch wenn es ein junges Innenverteidiger-Duo ist mit Soutalo von Ajax Amsterdam und Josko Guardiol, ehemaliger Leipziger. Sosa von Ajax ex Stuttgart haben wir auf der linken Seite. Das Herzstück, und das ist ja schon seit den letzten Jahren so, bei Kroatien ist auf jeden Fall das zentrale Mittelfeld. Brozovic, der mittlerweile in Saudi-Arabien spielt, auf der 6 und davor eben dann Luka Modric und Mateo Kovacic. Und dann kommen wir wieder mal so ein bisschen zur Problemzone, was auch in den vergangenen Jahren schon mal so ein bisschen das Problem war. Der Sturm. Wir haben hier mit Andrzej Kamaric, einen Bundessiegerspieler, der auch über den rechten Flügel kommen könnte, denn die Flügelposition ist immer wieder, das war auch bei den letzten Turnieren schon so, eine gewisse Schwachstelle. Ivan Nuzic hat sich mittlerweile auf links festgespielt, auf rechts könnte dann Pasalic spielen, der das gut macht, aber irgendwo ist es eben oft so gewesen, dass dort das letzte Quäntchen fehlte, die Defensive und doch das zentrale Mittelfeld ist unglaublich stark. Und deswegen kann natürlich auch Kroatien den klaren Anspruch, diese Gruppenphase zu überstehen und es geht dann in Berlin am 15.06. das ist der Samstag nach dem EM-Auftakt direkt mal spannend los mit dem Duell gegen Spanien. Da hängt natürlich dann mal direkt viel von ab, wie groß an der Druck sein wird beim zweiten Gruppenspiel in Hamburg, da trifft man dann auf Albanien und zum guten Schluss dann, wie vorhin angerissen, auf Italien am 24.06. in Leipzig. Ich halte auf jeden Fall von Kroatien erneut viel, wie auch bei den letzten Turnieren auch, aber ich finde sie etwas schwächer als in den vergangenen Turnieren. Klar, ein Josko Guardiola hat im Vergleich zu den letzten Turnieren auf jeden Fall schon nach vorne gemacht, man hat aber eben auch erfahrene Spieler nicht mehr mit dabei, wie zum Beispiel ein Ivan Rakitic, der über Jahre hinweg das Mittelfeld gemeinsam mit Luka Modric angeführt hat, plus auch ein Modric ist natürlich auch etwas älter geworden, spielt mal real und jetzt auch nicht mehr jedes Spiel. Also ich habe Kroatien in den vergangenen Jahren auf jeden Fall schon mal stärker gesehen und trotzdem haben sie natürlich eine gute Chance, die Gruppe auch dann möglicherweise zu überstehen. Die Gruppe überstehen würde sicherlich auch gerne der krasse Außenseiter und das ist Albanien. Sicherlich eine Mannschaft und auch viele Spiele, die man gar nicht so richtig kennt. Ich kann euch aber versichern, ein paar Namen kennt man und da ist mal ganz interessant drauf zu schauen, was denn Albanien Chancen bei dieser Euro sein können. Auch hier natürlich erstmal der interessante Blick zurück auf die vergangenen Turniere, denn natürlich ist Albanien jetzt bei dieser Euro 24 in der Todesgruppe B, wie sie genannt wird, der krasse Außenseiter. Aber vielleicht haben sie auch dadurch Chancen zu überraschen, denn Albanien hat nichts zu verlieren, sie haben keinen Druck und selbst Platz 3 könnte ja durchaus reichen, auch wenn auch dieser Platz sogar irgendwo unerreichbar wird. Aber allein schon bei dieser EM dabei zu sein, ist für Albanien schon ein wirklich großer Erfolg, denn für eine WM hat man sich noch nie qualifizieren können. Man war zuletzt bei der EM 2016 mit dabei, dort ist man sogar auf Platz 3 gelandet, hinter der Schweiz und Frankreich und vor Rumänien, aber trotzdem ausgeschieden. Also die Turniererfolge von Albanien sind damit natürlich alles andere als riesengroß und trotzdem haben wir bei jedem Turnier, sowohl bei einer WM als auch bei einer EM immer Mannschaften, die aus dem Nichts überraschen können, vielleicht ja auch Albanien. Dafür muss man logischerweise aber auch wissen, für was diese Mannschaft steht und welche Spieler vielleicht doch dann für Erfolg stehen können. Da gibt es auf jeden Fall ein paar echt interessante Jungs. Interessant ist erstmal der Trainer, denn das ist ein Brasilianer und der heißt dann eben auch typisch Brasilianisch Brasilianisch Silvinho. Er ist ein ehemaliger Spieler vom FC Barcelona und von Manchester City, der seit Januar 2023 Nationaltrainer von Albanien ist. Sein Co-Trainer ist auch ein sehr bekannter Ex-Spieler mit Pablo Sabaleta. In der Quali hat man auf jeden Fall echt abgeliefert. Das war schon überraschend, dass sich Albanien so stark für diese EM qualifizieren konnte. Man hat unter anderem Tschechien und Polen hinter sich gelassen. Allerdings hat man in den letzten drei Testspielen wiederum nur einen Erfolg gehabt mit einem 3 zu 0 gegen Lichtenstein. Taktisch spielen sie auf jeden Fall immer mit einer Viererkette mal im 4-2-3-1 mal im 4-3-3 und da bin ich echt mal gespannt. Denn Albanien hat schon noch in der Quali darauf gesetzt, auch Fußballspielen zu wollen. Man hat in der Offensive eine individuelle Qualität, die das auch durchaus erlaubt. Aber bei solchen Gegnern jetzt muss natürlich auch in allererster Linie die Defensive funktionieren. Das wird am wichtigsten sein. Wenn man sich mal die Startelf anguckt, gibt es vielleicht nicht viele Spieler, die man auf den ersten Blick so kennt. Einige spielen davon in Italien und wir gehen mal ein paar Namen durch. Zum Beispiel Aslani auf der 6er-Position ist ein Schlüsselspieler. Ganz klar. Auf den muss man ganz klar das Auge gerichtet haben, wenn du auf Albanien schaust. Er spielt normalerweise bei Inter Mailand. Auch die beiden Innenverteidiger Die Misti und Ismaili spielen in Italien. Genauso wie der Rechtsverteidiger Hisai von der oder von Lazio oder Neapel der schon jahrelang in Italien spielt. Aus Deutschland ist auch einer mit dabei. Und zwar Klaus Jasula von Darmstadt. Und in der Offensive werden wir dann vor allem auch Spieler wie Mukti, wie Bayrami, Broja, ehemaliger Chelsea-Spieler. Also da ist auf jeden Fall schon eine gewisse Qualität vorhanden. Es erinnert mich teilweise so ein bisschen an die letzte WM mit Marokko, weil auch die hatten echt phasenweise ein paar gute Spieler mit dabei. Dann noch eine gewisse Erfahrung mit drin. Das hat hier eben dann Albanien auch. Das Problem ist aber wirklich diese Gruppengegner, weil eigentlich hätte es für Albanien kaum härter kommen können. Denn allein schon das erste Spiel dann gegen Italien, gegen den amtierenden Europameister, wird schon eine klare Herausforderung sein am 15. Juni in Dortmund. Dann spielen sie gegen Kroatien in Hamburg und abschließend in Düsseldorf gegen Spanien. Man wird in jedem Spiel der Außenseiter sein, aber wie gesagt, das kann eben auch die Chance sein zu überraschen. Überraschen will Spanien sicherlich nicht so zwingend, weil wenn eigentlich so ein Team wie Spanien überrascht, dann wäre es eher negativ. Denn natürlich gehört Spanien wie immer zum erweiterten Favoritenkreis und wir gucken mal darauf, ob sie denn tatsächlich dazu gehören sollten. Denn die letzte EM war ja auch durchaus erfolgreich für die Spanier. Da ist man erst im Halbfinale im Elfmeterschießen ausgeschieden gegen den späteren Europameister Italien. Aber trotzdem liefen die letzten Jahre in Spanien nicht ganz so einfach. Bei der letzten WM gab es das überraschende Aus im Achtelfinale gegen Marokko im Elfmeterschießen und auch zuvor war man ja schon bei der WM 18 im Achtelfinale raus, bei der WM 14 in der Gruppenphase rausgeflogen, auch bei der EM 2016 lief es nicht so richtig rund. Also die großen Erfolge von 2008 bis 2012, da ist man seitdem nicht mehr so richtig rangekommen. Bedingt aber eben dann durch das Aus bei der WM in Katar gab es einen Umbruch rund um einen Trainerwechsel. Man hat mehr auf junge Spieler gesetzt, man ist auch noch mittendrin in dieser Phase des Umbaus. Das ist noch nicht abgeschlossen und deswegen kann man vielleicht sagen, diese Truppe hat Potenzial, ob es aber dann für das letzte bisschen reicht, sprich für den Titel, da könnte es vielleicht auch noch einen Ticken zu früh für kommen. Aber klar ist, man kennt viele spanische Spieler, man hat viele Top-Spieler auch immer noch mit dabei und seit der letzten WM ist eben Luis Enrique nicht mehr Trainer, seitdem haben wir hier Luis De La Fuente als Coach mit dabei, der war zuvor jahrelang Trainer bei Spaniens U21 und U19. Die EM-Quali, die hat auf jeden Fall die Nationalmannschaft ohne Probleme und souverän gemeistert. Man hat unten natürlich auch schon irgendwo das Ziel, zum vierten Mal diesen Titel zu gewinnen. Die letzten beiden Testspiele waren allerdings auch nicht so überragend, gut mit einem 0-1 gegen Kolumbien und einem 3-3 gegen Brasilien. Typisch spanisch geht es aber auch aktuell weiter im 4-3-System, im Ballbesitz wird es dann noch oftmals zum 4-2-3-1, aber der klassische Ballbesitz-Fußball, der ist hier auch weiterhin im Fokus. Mit Unai Simon hat man auf jeden Fall einen richtig starken Keeper in der Viererkette mit Cavajal von Real Madrid plus Lenormand und Laporte eigentlich drei Spieler, die immer gesetzt sind. Linke Seite gibt es noch ein gewisses Fragezeichen, da müsste aber bedingt durch diese wahnsinnige Bundesligasaison Alejandro Grimaldo die Chance haben Stammspieler zu sein. Rodri ist ein ganz ganz wichtiger Fixpunkt auf der 6er-Position und davor ist eben auch dann so ein bisschen die Frage der Ausrichtung. Also spielst du mit einem klassischen 10er, würde sicherlich Olmo eher in die Mitte ziehen, spielst du mit zwei Achtern, haben Mirino, Ex-Dortmunder und Ruiz von PSG auf jeden Fall die besten Karten. Ansonsten haben wir auch dort in der Offensive wirklich hohe Qualität mit zum Beispiel Lamin Jamal vom FC Barcelona auf dem Flügel, aber eben auch mit Dani Olmo von RB Leipzig gibt noch weitere interessante Spieler und das Sturmzentrum geht an Alvaro Morata. Spanien auf jeden Fall für mich mit einer richtig guten Mannschaft hier im Turnier dabei. Erste Gruppenspiel wird natürlich dann immer wichtig sein für jedes Team gut reinzukommen. Da geht es dann in Berlin am 15. Juni gegen Kroatien. Danach das Top-Duell in Gelsenkirchen gegen Italien und zum Abschluss spielen sie eben dann noch gegen Albanien in Düsseldorf. Und somit war das also mein EM-Check für die Gruppe B sicherlich eine der spannendsten überhaupt bei der diesjährigen Euro bei uns in Deutschland. Für mich ist auf jeden Fall Spanien hier der relativ klare Favorit, weil sie eine wirklich tolle Mischung haben aus Erfahrung und Talent und sie gleich auch Hunger darauf haben, nach den schwachen Turnieren jetzt auch endlich mal wieder extrem abliefern zu können. Italien fand ich auf jeden Fall grundsätzlich schon mal etwas souveräner. Bei den Euros waren sie meist aber auch einen Ticken besser unterwegs. Trotzdem habe ich da irgendwo das Gefühl, dass sie auch stolpern können. Kroatien sehe ich auch etwas schwächer als zuvor. Trotzdem natürlich diese drei Mannschaften ganz klar die Favoriten. Albanien kann auf jeden Fall nur überraschen. Ist eben dann die Frage, ob das aber trotzdem dann tatsächlich gelingen kann. Ich bin sehr gespannt, wie diese Gruppe B ausgehen wird. Und jetzt könnt ihr immer gerne eure Meinung zu der Gruppe, zu den vier Mannschaften, plus auch grundsätzlich zu dem Format mal gerne in die Kommentare schreiben. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.